Ein großer Vorteil, und das ist hier wieder eine sehr interessante Arbeitsagenthalte, ist sicherlich die überragende Bekannte der Bundesliga, 99 Prozent, denn die Bundesliga, wir werden Handgelder ausgegeben, um daraus jetzt 100 Prozent zu machen. Interessanterweise, interessant ist aber, dass die zweite Bundesliga mehr Bekannte aufweist als die Champions League, um zu sehen, dass die Champions League zwar marginal, aber tendenziell trotzdem um Rückgang versagt. Hier und meines Erachtens, was sehr interessant ist zum Ausdruck zu meinen, warum, wie kann denn eine zweite Bundesliga attraktiver sein als eine Champions League? Ein ganz wesentlicher Aspekt ist die große emotionale Involviertheit. Wenn Sie mal den Aufstiegskampf der letzten Jahre verfolgen, oder in der letzten Saison, den Abstiegskampf zwischen Kaiserslautern und Wolfsburg, dann wird dort nicht mehr oder weniger gefühlt, geschrien, gelacht oder geweint, als wenn es um die Meisterschaft geht. Das heißt, die hohe persönliche und emotionale Involviertheit der Akteure spielt da sicherlich eine sehr tragende Rolle. Zum Zweiten, die Champions League ist ebenfalls im Pay-TV-Versprung. Das heißt, die Champions League wird durch meine Premiere in der Zwischenzeit ausgestrahlt, und erst zwei Tage später bekommt eine Zusammenfassung auf DSF, mit dann den attraktiven Spielen, aber erst zwei Tage später, wo sich in der Zwischenzeit in der 2006 über Internet print, SMS, TN-Text oder was auch immer, die wir schon längst erfahren haben, wie die Spiele ausgesandelt sind. Auch das trägt dazu bei, dass die Champions League hier sacht an Attraktivität verliehen. Und dass Bundesliga selbst die zweite Bundesliga sehr viel stärker im Fonds stehen, als selbst die Champions League. Der DFB-Mokal hat zunehmend an Rennung legen wollen. Das ist schon ganz ordentlich, 10% mehr der Anteil innerhalb von den vier Jahren. Und das dürfen Sie ja nie vergessen, wir machen ja keine klassische Werbung. Wir haben keine Werbekampagne. Der DFB-Mokal hat ebenfalls keine Werbekampagne, weil das Produkt selbst ist die Werbung. Und ich bin zum Glück in der positiven Ausgangssituation, dass die Bildseitung sozusagen jeden Tag kostendrei, zwei an der einen Seite und vierfarbig zur Verfügung gestellt wird, um unser Produkt zu berichten. Das kriegen Sie mit den wenigen Produkten hin. Ich glaube, das einzige Produkt, das noch ähnlich wie diese Richtung geht, ist vielleicht überwohlen. Ansonsten ist das eine sehr einsgradige Ausgangsposition. Und da sind wir in Deutschland auch vergleichsweise beschaulich. In Italien kam jetzt gerade die vierte tägliche Sportzeitung auf den Markt. Und auch das zeigt, wenn ich das Interesse auch in anderen Ländern offensichtlich Schutzwall aufzuweisen kann. Wir wollen uns aber auf diese Bekannteil der Attraktivität, die wir offensichtlich auch hier mit uns bringen, nicht ausruhende, beschäftigen uns derzeit sehr, sehr intensiv damit, warum Menschen überhaupt die Polizidien betrachten, warum sie in die Stadien gehen und warum sie das auch vom Fernsehen betrachten. Denn es gibt sicher eine Spiele, und manche behaupten es zu mehr und mehr Spiele. Wir weisen sportlich sicherlich nicht immer die Qualität auf, dass man damit Großes gewinnen könnte. Die Situation scheint aber so zu sein, dass die Masse der Menschen und die Erspieler einfach spannend findet. Eine sehr interessante Zahl ist die Tatsache, dass 65% interessieren sich für das Abschneiden des Lieblingsklubs. Wenn Sie eben aber sagen, dass 53% in Deutschland, die Hälfte, interessiert sich für Fußball, und das beziehen sich nur auf die Fußball-Interessierung. Und nur 65% geben als Motivation an, wie interessiert mich für meinen Lieblingsklub, dann heißt das, und das ist eine sehr, sehr interessante Zahl, dass es augenscheinlich 35% gibt, die sich zwar nicht so sehr für einen konkreten Lieblingsklub interessieren, aber sich dennoch für Fußball interessieren. Und das ist eine, meine ich, eine sehr interessante Zahl deshalb, weil es Ihnen ermöglicht, über die rein sehr stark involvierten hinaus eben auch eine noch weitere Masse anzusprechen. Und genau das ist auch der Effekt, den Sie in der LTV-Projekt sehen. Weil Freunde und Kollegen sich auch dafür interessieren, das sind nur 40%, und weil der Netzwerk und die Veranstaltung immer eine gute Unterhaltung darstellen. Das sind immer eine 68%. Und daraus lesen wir beispielsweise, das ist eine sehr, sehr interessante Liga, was die Spannung, der mit Abstand höchst genannte Motivationspunkt ist, die Bundesliga zu sehen. Die Spannung hat aber unmittelbar damit zu tun, wie es innerhalb einer Liga die Gelder verteilt wird. In Spanien sind von der letzten 50 Meisterschaften, wurden nur 14 Meisterschaften, nicht von Real Madrid oder Barcelona gebunden. In England geht es ähnlich, nun in die gleiche Richtung. Wir haben in Deutschland, wir leisten uns in Deutschland, muss man sagen, einen sehr, sehr solidarischen Schlüssel. Das heißt, wir haben zwar die zweitmeisten Einnahmen von allen Linien in Europa, nämlich etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die werden aber so verteilt, dass der Wettbewerb vergleichsweise auf beiden beiden steckt. Der Sieger bei München, wenn sie der Standart werden, manche befürchten, manche behoffenen ist, bekommt in Deutschland etwa 27 Millionen Fernseheinnahmen. Real Madrid und Barcelona erhalten 100 oder 120 Millionen Euro Fernseheinnahmen, mit der Folge, dass natürlich national, der Wettbewerb, in Langeweile aussahen. Und wir persönlich glauben, noch, muss man sagen, dass es auf Dauer gesehen auch keine 15 Millionen Zuschauer in dem Stadion haben wird, wenn Sie wissen, Sie zahlen 18 oder 20 Euro ein, um dazu zu sehen, ob Ihr Team 2 oder 3 zu 0 verliert. Das heißt, Sie sehen also, dass wir uns um die Wirkung und vor allem die Gründe, die zu dieser Wirkung führen, im Tagesgeschäft deutlich mehr Gedanken machen müssen, als sich einfach nur zu fragen, wie wir dann nächstes Jahr. Ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wir ja auch gleich auch zu den Sponsoren einanderen, ist sicherlich das Image, das Imageprofil der Liga. Bekanntheit alleine reicht nicht aus, es gibt die Ligenphänomene, die sind sehr bekannt, aber keinesfalls positiv besetzt. Hier sehen Sie mal das Imageprofil der Bundesliga im Bereich zur Champions League und Sie sehen, dass hier insbesondere und dass sich über die Fußball-Liga passiert und die Bundesliga durchgeht, ein besseres Image aufweist, als die Champions League, selbst in der Kategorie Unterfußball und wer beispielsweise in der Champions League Arsenal gegen Barcelona anziehen wird, Sie verstehen, deshalb habe ich das zusammengezogen, dass ich auch Bundesliga angeblich bessere Spielkörper gebe. Aber das ist ja für uns die Produktqualität, darauf kommt es ja für uns. Aber Sie sehen, welche Kategorien sind das sehr positiv besetzt, für uns als DFL, das ist interessant, dass wir wohl anscheinend ganz gut organisiert werden, aber auch die Bundesliga und so wie unterhaltsam, Spannung mit der Fährträge dann, das ist nämlich die Popularität steht an der Brustrolle, das heißt, wir sind durch die Bank eigentlich sehr positiv besetzt. Wir fragen natürlich auch noch andere Kategorien ab, wir sind hier beispielsweise zu kommerziell oder aggressiv, was auch immer, dort bewegen wir uns auf einem extrem und ich glaube, dass das auch der Grund ist, weshalb wir gleich die Suchen sehen werden, die wir tatsächlich schaffen. Ein weiterer, wesentlicher Aspekt in sache Kommunikationswirkungen und vielleicht auch der Hauptgrund, weshalb die ARD nach 100 Millionen Euro pro Jahr bezahlen und dann fußballrechtlich zu halten, sind natürlich die TV-Einschaltung. Sie werden nämlich über die FK, das muss ich eben in den O-Arten produzieren. Wir sind nicht mal im Markt anseitig in der Saison 2005-2006 im Schnitt. Sie wissen, es gibt immer drei eigentlich zwei wesentliche Zielgruppen, nämlich die Zuschauer ab drei Jahren. Danach weisen die öffentlich-rechtlichen aus, dann gibt es auch immer, das soll man jetzt mal nicht diskutieren. Die sogenannten Werbezielen, um 14 bis 49 Jahre und im Bereich Fußball ist es ja kein Zufall, dass Sie permanent reifen Werbung, Bierwerbung, Autowerbung sehen. Also in der Tendenz hier, um jemandem so nahe zu treten, wie man so schon gesagt hat, erhält es ja eine Anführung. Aber auch Versicherungen beispielsweise, die traditionell eigentlich auch in Familiensituationen hier sind, von denen man annimmt, dass der Mann die auch in der Tendenz zu überarbeiten mit dieser Einstellung ist aber nicht mehr gut. Aber Sie sehen hier natürlich die Markanteil. Deutschland sehen Sie das Beispiel, dass die ARD-Sportschau im Schnitt 26% Markanteil in der Liste in der Ziele passen bei. Das heißt, im Schnitt, die eröffnet Zuschauer und im Schnitt heißt dann aber, dann 34 Spieltagen über die Saison verteilt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Bundesliga eben nicht wie Skispringen oder wie die Formel 1 oder sie müssen glaube ich 9 oder 12 werden, das ist ja nicht immer, oder beispielsweise die Tour de France ein situatives Event ist, sondern die Bundesliga hat 9 Monate für ein paar Spiel betreten. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu anderen.